Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie die Hintergrundfarbe von INSKIP ändern können. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder drücken wir auf den Reiter hier Anstellung und dann erreichen wir das Fenster hier und in dem Fenster können wir die Hintergrundfarbe einfach hier ändern, indem wir einfach eine Farbe wählen. Wenn wir eine Farbe hier auswählen, dann drücken sie einfach drauf und dann merken sie einfach, wie die Hintergrundfarbe sich verändert hat. Und natürlich haben sie auch die Möglichkeit die Deckkraft einfach zu ändern, indem sie einfach so hin und hier ziehen und einfach die Deckkraft zu ändern. Und sie haben auch die Möglichkeit nicht nur in RGB Farbe, sondern sie haben auch andere Farben hier, andere Möglichkeiten hier, die sie auch benutzen können. Sie merken einfach. Und immer wieder mit der Deckkraft, die Sättigung, die Deckkraft, die Helligkeit können sie einfach hier ändern. Und natürlich hier ist einfach die Sättigung. Sie können zum Beispiel da ändern. Und hier haben sie die Möglichkeit, den Farbton einfach zu ändern, wie sie wollen. Sie sehen schon, wenn wir draufziehen, dann merken wir einfach, wie die Farbe sich verändert hat. Und natürlich haben wir hier ganz unten die Farbe einfach, die Deckkraft einfach zu ändern, wie wir einfach wollen. Sie merken auch schon, wie es ist. Und natürlich können sie auch bis hier ändern. Also das ist zum Beispiel zu Transparenz und Transparenz und von daher sehr, sehr gut. Und wenn sie immer drauf so fahren, dann merken sie hier unten, wie der Weg einfach sich verändert hat. Und merken sie am Anfang, sie sehen schon und von daher sehr wichtig zu wissen. Wenn sie fertig sind, dann machen sie einfach das Fenster zu. Und ich werde euch nochmal in das nächste Video zeigen, wie sie einfach mit dem Farbverlauf am Anfang so arbeiten können. Also bleiben sie einfach dran.